html und css ein html dokument erstellen ausgerüstet mit editor und browser erstellen wir das erste html dokument für unsere webseite erstens erstellen sie zuerst ein ordner auf ihrem computer für unser erstes projekt nennen sie den ordner zum beispiel portfolio zweitens öffnen sie brackets oder ihren code editor wenn sie brackets zum ersten mal starten können sie im menü debug change language die sprache auf deutsch umstellen was hier schon der fall ist drittens öffnen sie das menü datei und wählen sie ordner öffnen suchen sie dort den vorhin erstellen portfolio ordner und öffnen sie diesen viertens öffnen sie das menü datei und wählen sie neu wählen sie datei speichern unter und geben sie der datei den namen index punkt html und speichern nun haben wir eine ganz einfache leere text datei namens index punkt html warum index punkt html wie sie wahrscheinlich an konnten hat der name index punkt html eine spezielle bedeutung wenn nämlich eine webseitenadresse aufgerufen wird dann wird automatisch zuerst die datei index punkt html angezeigt für uns wird index punkt html also quasi zur startseite nun wollen wir das dokument mit inhalt füllen tippen sie die folgenden zahlen ab als text können sie natürlich irgendetwas wählen zum anzeigen der seite klicken sie auf den blitz und zwar hier am rechten rand live vorschau falls brackets den chrome browser findet dann wird jetzt die seite angezeigt und sobald wir änderungen vornehmen werden diese gleich aktualisiert zum beispiel wenn ich jetzt den text ändere dann wird die änderung gleich sofort auf der webseite angezeigt falls die webseite nicht angezeigt wird suchen sie die index punkt html datei auf ihrem computer und öffnen sie diese mit chrome oder einem anderen browser falls die seite nicht aktualisiert wird bei änderungen klicken sie im browser die taste f5 oder die tasten steuerung r gratuliere sie haben soeben ihre erste webseite erstellt richtiges einrücken damit sie übersicht behalten ist es wichtig dass sie die zahlen immer korrekt mit der tabulatortaste einrücken die standardeinstellung in brackets ist meist dass ein tabulator 4 leerzeichen lang ist die einstellung dazu ist am unteren rand von brackets und zwar hier leerzeichen doppelpunkt 4 wichtig schauen sie den beispiel code immer ganz genau an und drücken sie ihren code entsprechend ein es ist wirklich wichtig dass sie sich gleich von anfang an ein sauberes einrücken gewöhnen mit shift tab können sie den code nach links schieben wenn sie mehrere zeilen markieren können sie diese mit tab oder shift tab gleichzeitig einrücken ein